Da ist Alex schon präpariert für das große Turnier und schauen wir mal. Da drüben ist Mini-Golf-Gelände und alles schön natürlich piratenmäßig ausgestattet. Richtig toll. Müssen wir nur schauen. Wir haben noch eine Person, die dann da mit uns mitkommt. Auf die müssen wir natürlich warten. Dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Erst mal gucken, was es kostet. Ich denke, das ist auch gar nicht so billig. So, gucken wir mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis jetzt führt natürlich der Uwe alle Löcher mit 22222. Ja, nein, aber schon schön, oder? Schön gemacht. Bis jetzt. 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 Vielen Dank.